Superleichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir ein Pop-It in Form eines Regenbogen Tyrannosaurus Rex zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zuerst zeichne ich seinen Kopf, dann zeichne ich seinen sehr großen Mund und seine scharfen Zähne. Ich mache weiter mit seinem Körper. Und seinen Beinen. Seinem Schwanz. Jetzt teilen wir den ganzen Körper mit vertikalen Linien so. Von oben nach unten. Sehr schön. Zum Schluss zeichnen wir kleine Kreise in allen Bahnen. Unglaublich! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Jetzt verwende ich die Regenbogenfarben. Ich fange oben mit Rot an. Dann verwende ich Orange, Gelb, Brün. 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 Blau. Brün. Brü. Du. Blue. Pink Sehr gut! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.